Deutsche Behörden wollen nun aufgeklärt haben, wer die Nord Stream Pipelines gesprengt hat. Grundlegende Details werden berichtet von der ZEIT, der ARD und dem SWR. Es stellt sich sofort die Frage, warum die russischen Geheimdienste bisher überhaupt nichts Handfestes vorlegen können. Anders als die Reporterlegende Seymour Hersh kürzlich behauptet hatte, handelte es sich nicht um eine Hightech-Operation, die auf die höchsten Ebenen der USA zurückgeht. Also keine Sonarbojen mit speziellen Signalen, keine Spezialflugzeuge, keine Spezialschiffe und keine Spezialeinheiten, keine eingeweihten Norweger und so weiter. Sondern eine gewöhnliche Yacht sei von einer Firma mit ukrainischen Besitzern angemietet worden, heißt es nun. Sechs Personen seien an die seichte Stelle gefahren, hätten dort den Sprengstoff platziert und diese Pipeline ist ja eigentlich nur ein Stahlrohr, nicht mal sonderlich dicker Stahl mit ein paar Zentimetern Betonummantelung. Also jetzt nicht gerade Raketenwissenschaft, sowas zu zerstören. Das Team sei in Rostock in See gestochen und habe gefälschte Pässe verwendet. Hinterher seien die Personen abgetaucht. Die zurückgegebene Yacht weise Spuren von Sprengstoff auf und ein westlicher Geheimdienst soll bereits im Herbst, also kurz nach der Zerstörung, einen Hinweis an europäische Partnerdienste übermittelt haben. Hinweis, wonach ein ukrainisches Kommando für die Zerstörung verantwortlich sei. Auch dieses Detail ist neu, die Politik gab sich ja lange Zeit ahnungslos. Es kam ja dann in der Presse raus, vor einer Weile, dass es eine spezifische Warnung gab, hier von der CIA. Aber da wurde dann wiederum relativiert, es war eine allgemeine Warnung, also dass einfach Untersee-Kabel-Pipelines generell hier in Gefahr seien. Dann kam dann der Bericht von Seymour Hersh, wirbelte viel Staub auf, ihm sei gelungen, was der russische Geheimdienst nicht vermochte, also ein super komplizierter Plan mit Flugzeugen, Booten, Spezialeinheiten, Sonarboien, weiteren eingeweihten Ländern. Es ergaben sich bald Löcher in Hershes Story und weder er noch die Russen konnten sie wirklich untermauern mit Fakten. Nun also das alternative Szenario in der Presse, ja, kleines Team, ganz normale Yacht, man geht an die seichteste Stelle, keine Raketenwissenschaft, keine super komplizierte Operation. Den USA passt es, diese Darstellung natürlich in den Kram, weil die USA damit selber aus der Schussbahn sind. Eine Verbindung des Attentats mit Kiew sei auch nicht möglich, heißt es in der Presse, also wäre Kiew auch aus der Schussbahn. Russland wirkt schwach, weil es nicht selbst Beweise vorliegen und überhaupt die eigene Pipeline an der seichtesten Stelle bewachen konnte. Die Attentäter sind laut Presse verschollen, vielleicht werden sie nie auftauchen, vielleicht, ja, vielleicht handelt es sich um eine falsche Fährte, aber da werden jetzt wohl nun auch Überwachungskamera-Bilder gezeigt werden, vielleicht hier Kopien von den Pässen, von den falschen Pässen, die verwendet wurden, etc., etc. Also man kann dann hier schon einen gewaltigen Eindruck schinden. Der russische Geheimdienst hat bisher immer noch nichts Handfestes vorgelegt zu der Sprengung, trotz seiner weitreichenden Möglichkeiten und obwohl Russland eigentlich die eigene Pipeline bewachen musste, konnte. Und Seymour Hersh behauptete, es sei ihm ohne große Mühe gelungen, den Fall komplett aufzuklären, also er hat dann die genauen Beteiligten genannt, meinte er, die genau welche Schiffe und Flugzeuge und so, ja. Und stattdessen heißt es jetzt, ne, simple Operation, ganz simples Team, da war jetzt gar nicht mal viel notwendig. Für die pro-russischen Medien ist das ein riesiges Ärgernis jetzt, weil die Sache halt ein Sieg für Kiew wäre, mehr oder minder direkt. Die schwache Underdog-Nation hätte die wichtigen Pipelines der Supermacht Russland vernichtet mit ein paar hundert Kilo Sprengstoff. Für Kleingeld. Selbst jetzt, da die verschiedenen Narrative so aufeinanderprallen, hört man nichts von den russischen Geheimdiensten, keine fetten Enthüllungen, keine Sensationen, vielleicht probieren sie es mit irgendwas noch. Frustrierte Supporter von Putin müssen sich bei ihm beschweren. Warum konnte er die Pipelines nicht besser schützen, vor allem an der seichten Stelle der Explosionen, wo immer der größte Schwachpunkt war? Warum konnten seine Geheimdienste nicht die Täter klar enthüllen? Warum können die russischen Dienste bis heute nichts Eindeutiges vorlegen, um die NATO zu beschuldigen, irgendwie an dem Ukraine-Krieg schuld zu sein? Wir hören immer noch diesen Stoß über die NATO-Osterweiterung, die Russland 1997 vertraglich akzeptiert hatte. Es heißt immer noch, der Maidan sei samt und sonders eine amerikanische Verschwörung gewesen. Aber wo sind die eindeutigen Belege, die der russische Geheimdienst beschafft hat? Warum begnügen sich Russlands Supporter im Westen mit diesen schwachen Argumenten und reden immer noch über Victoria Nuland und die 5 Milliarden, die da angeblich in den Maidan reingepumpt wurden, obwohl sie über halt diese Summe sprach, die da in die Ukraine gesteckt wurde, relativ transparent im Laufe von 20 Jahren. Warum entlarven die Russen nicht längst Joe Biden als Marionette des DuPont-Clans? Warum kommt da eigentlich nie so eine richtige Sensation von den Russen? Wir haben es halt wohl eher mit einem Kartell der Supermächte zu tun. Das heißt, beide Seiten attackieren sich nicht so, wie sie sich eigentlich attackieren könnten, selbst auf der Informationsebene nicht. Wenn irgendwas passiert, wie die Nordstream-Sprengung oder vielleicht ein Unterwasserkabel, Datenkabel, die gekappt werden, irgendwelche anderen Infrastruktursachen, die attackiert werden, Cyberattacken. Es ist halt immer dann so ein Hin und Her. Beide Seiten behaupten dann irgendwas und man lässt die Bevölkerung halt wirklich dann auch im Unklaren. Es gibt halt dann dieses Sammelbecken der Unzufriedenen. Also das geht dann manchmal in Richtung linkses Sammelbecken, oftmals auch in Richtung rechts, gewöhnliche Verschwörungsmedien. Ja, und die sollen halt sich dann möglichst einlassen auf die Russen. Das ist dem System hier natürlich ganz recht, wenn die Unzufriedenen in die Russenfalle tappen. Putin hat es für seine westlichen Supporter vermasselt. Ja, er hat die westlichen Supporter jahrelang Propaganda machen lassen. Es wurde immer wieder beteuert bis zum letzten Moment. Wir greifen niemanden an. Wir werden jetzt niemandem da irgendwas aufzwingen mit Gewalt. Und es ist reine Lüge, dass wir da irgendwo in die Ukraine reingehen weiter. Putin begann einen Angriffskrieg, performte dann auch miserabel in selbigem Angriffskrieg und konnte dann nicht einmal die wichtige Infrastruktur in Form der Nord Stream Pipeline schützen. Bei ihm müssen sich seine Supporter beschweren, nicht bei irgendwem sonst. Seit Jahrzehnten durften die Russen überhaupt nur dieses Pipeline-Business machen mit Europa, weil die Amerikaner ihr grünes Licht dazugegeben hatten. Eigentlich war das Weiße Haus unter Reagan gegen die neue Pipeline da, die in den 80ern fertig werden sollte. Also das Weiße Haus war dagegen, die CIA war dagegen. Wir haben das mal ausgewertet hier, den damaligen Geheimdienstbericht. Und da stand alles drin. Das heißt, dass die Russen nicht mal selber wirklich die Pipelines bauen können und dann gibt es eigentlich Unterbrechungen und dann gibt es die Erpressung und Abschaltungen hier und so. Und die Abhängigkeit der Deutschen von russischem Gas würde auf 30 Prozent steigen. All diese Argumente waren natürlich dann längst bekannt. Aber nach der Wende gab es dann einfach diese, oder auch schon vor der Wende gab es diese Geheimverhandlungen zwischen Washington und Moskau. Und man gab halt hier in der westlichen Politik, in westlichen Sicherheitskreisen die Devise vor, Russland darf nicht auseinanderbrechen. Das heißt, es würde die gesamte globale Sicherheitsarchitektur gefährden. Russland könnte zerfallen, die Nachfolgestaaten könnten dann irgendwas Dummes machen mit Atomwaffen oder es gibt dann neue Kriege mit den muslimischen Nachbarn im Süden oder mit sonst irgendwem. Es könnte irgendwelche ultrarechten Regime geben, dann künftig in Polen oder in der Ukraine und dann könnte es halt einfach hier einen Flächenbrand geben. Das war das schlagende Argument. Und mit diesem Argument wurde Russland dann wieder aufgepäppelt. Man ließ die Russen einfach machen. Das russische Geld durfte an die City of London und all diese Dinge. Die deutschen Kanzler kamen den Russen so weit entgegen. Das ist, was die Amerikaner wollten. Russland stützen. Russland wieder aufbauen. Und es gab dann eben dieses Zwischenintermezzo mit Afghanistan und Irak. Also dieser Krieg gegen den islamischen Terror. Das war halt mehr oder minder wirklich los ein Zwischenspiel für 20 Jahre, was die Amerikaner brauchten. Und nach diesem Zwischenspiel waren eben die Russen wieder eine glaubhafte Bedrohung und eine glaubhaft wirkende Bedrohung. Und auch die Chinesen sind dann angewachsen zu einer glaubhaften Bedrohung. Das heißt, jetzt stellt man sich wieder blöd und sagt, wir hatten nur gute Absichten hier mit dem Ostblock. Wir dachten, die werden irgendwie alle normal. Das ist die globale Sicherheitsarchitektur. Und jetzt sieht es halt eher aus nach einem Krieg gegen die Chinesen auch noch. Das amerikanische Militär sei halt nicht so dominant, wie es eigentlich hätte sein können. Die Europäer sind auch eigentlich viel zu schwach. Bla, bla, bla. Immer nur Ausreden, Ausreden, Ausreden. Und du wirst da draußen halt eben dann so stark verunsichert als gewöhnlicher Steuerzahler. Und man bietet die halt immer an. Die Amerikaner seien die Rettung oder die Russen seien die Rettung. Und das ist halt eben dann letztendlich dann der Trick. Das heißt, man soll sich entscheiden zwischen den Supermächten. Man soll der einen der anderen hinterherlaufen. Dabei handelt es sich wohl seit langem um eine Art Kartell, wie auch schon in den 60er Jahren Professor Carol Quigley festhielt in seinem Buch Tragödie und Hoffnung. Wenn sie die ersten langweiligen 800 Seiten überlebt haben, dann geht es richtig zur Sache. Sie können auch gleich dann später hier an die letzten Kapitel da gehen und lesen. Ja, es macht im atomaren Zeitalter wirklich keinen Sinn für Supermächte, sich gegenseitig wirklich zu vernichten. Sondern man möchte einfach den Status behalten. Man möchte verhindern, dass gewöhnliche Nationen aufsteigen. Man möchte verhindern, dass gewöhnliche Nationen halt an Imperium spielen mit ABC-Waffen und irgendwie irgendwas Dummes machen. Und das ist die globale Sicherheitsordnung. Ich meine, das geht noch viel tiefer. Die gemeinsamen Wurzeln der Supermächte finden Sie in meiner Buchreihe unter shop.recenter.com. Das heißt, man gibt halt Leuten, je höher sie sind in der Hierarchieebene, man gibt denen halt dann immer ein bisschen mehr von der Wahrheit, aber nie wirklich das ganze Bild. Ja, und jetzt sieht es halt eben dann so aus. Innerhalb von wenigen Jahren könnte es dann auch einen Krieg geben gegen die Chinesen, die lange Zeit aufgebaut wurden. Und wenn es dann zu so Zwischenfällen kommt, also ein neuer Golf- und Tonkin-Vorfall oder irgendwas anderes, ja, dann wird dann auch wieder rumgestritten, wer hat zuerst irgendwas in die Luft gesprengt oder wer hat diese Rakete geschossen, wer hat dann zuerst hier den Flugzeugträger versenkt und solche Dinge. Ähm, Nordkorea wird da mit reinspielen und so. Also dann haben wir die gleiche Situation wie nach Nord Stream. Es gibt verschiedene Narrative, du sollst dir eins davon raussuchen, aber keines davon zeigt dir wirklich dann das gesamte Bild und wie die Supermächte halt zueinander spielen. Also schauen Sie rein, shop.recenter.com. Meine Buchreihe über die Supermächte finden Sie als Printbook und als Audiobuch.